Die Wechselstunde. In unserem Garten lassen sie uns gemeinsam wachsen. Wie reizend alle wieder beisammen zu haben. Dieses Jahr wird voller Zauber und Aufregung sein. Aber das Wichtigste, das wir in der Kräuterkunde kultivieren, ist Wissen. Der umsichtige Kräuterkundler fürchtet die Venemosa Pentacula nicht mehr als die springende Knolle. Nun denn, heute werden wir uns mit einer lieblichen Knolle vertraut machen. Nämlich der Alraunenwurzel. Den Nähnchen zum Beispiel. Mal sehen, was wir für unsere faserigen Freunde tun können, was? Zuerst schützen wir unsere Ohren. Nun, alle, packen sie ihre Alraunen an den Ranken und ziehen sie kräftig. Jetzt wird es dauert. Ehh... Einsetzen. Oh je. Die Erde sollte die Wurzel wie eine warme schmutzige Decke umhüllen. Dann fühlt sich die Alraune richtig wohl. Es ist einfach großartig. Ein Gerät, wo alles repariert werden kann mit einem kleinen Spruch. Also gut. Weg mit dir. Das haben sie alle toll gemacht. Das ist zu alt. Ich werde aber ganz kurz mal in die Einstellung gehen. Untertitel. Hier. Aus. Ich habe es endlich mal gefunden. Ich muss nur noch kurz mit unserem Neuzugang reden. Da habe ich die nicht gerade ausgeschaltet. Untertitel. Ob Hippogreifer wohl Knöterich mögen? Professor Fick scheint ja so gut wie nie in seinem Klassenraum zu sein. Sehr seltsam. Wusstest du, dass du die Alraune zur Verteidigung nutzen kannst? Stell dir das mal vor. Liebe Frau Professor Garlick. Ich bin überaus aufmerksam von Ihnen. Sie haben ja sogar gemerkt, dass Erzbeeren meine Lieblingsfrüchte sind. Sie sind so süß. Kein Wunder, dass die Muggelfarrikerinnen sind. Alles was Sie züchten scheint von erlesener Qualität zu sein. Von Bitterwurz bis zu den Beeren. Ich hoffe sehr, dass meine liebe Nichte sich etwas von Ihnen abschaut. Während Sie sie unterrichten. Lenora vergüttert Sie. Ich bin mir sicher, das tun alle Schöner. Stets mit wärmsten Grüßen. Lenora Everleigh. Wir lesen hier fremde Briefe. Die Tammen dazu. Man sollte annehmen, Professor Garlick wäre vorsichtiger mit Ihren Alraunen. Der beste Zeitpunkt für die Aussaat ist die letzte Saison. Der zweitbeste ist jetzt. Aha. Okay, dann sprechen wir mal. Ja, Professor. Zuerst einmal möchte ich Sie zu Ihrer Alraune beglückwünschen. Sie können recht anspruchsvoll sein. Viel bessere Untertitel. Wir verstehen ja, was es ist. Okay, hier ist trotzdem noch da. Aber es ist viel besser, wenn man... Sie spricht ja Deutsch. Das ist... Sie sprechen ja alle Deutsch. Das können wir verstehen. Ich hatte eigentlich sogar Spaß. Ihr Enthusiasmus ist ansteckend. Wie nett von Ihnen. Es scheint, als würden Sie im Fach der Kräuterkunde bereits Ihre Wurzeln schlagen. Wie bereits erwähnt, werden wir jetzt Diptam sehen. Holen wir also zunächst die Samen. Ich habe schon welche, Professor. Aus Hogsmeade mitgebracht. Sie waren in der magischen Rübe? Wunderbar. Vorbereitete Schüler wachsen und gedeihen. Ich habe Ihnen einen eigenen Pflanztisch im Unterrichtsraum reserviert. Das war in der kurzen Zeit gar nicht mal so einfach. Sehen Sie die Samen aus, umkehren Sie später zur Ernte zurück. Gute Erde, Sonnenlicht und Magie helfen zwar sehr, aber Zeit zum Wachsen brauchen Sie trotzdem. Mal sehen, wie kann ich mein Flottenblumenarrangement abrunden. Pflanzen Diptam sagen. Laune des Mifflers oder Rosen. Aufgrund seiner Heilwirkung ist Diptam eine wichtige Zutat für den Mega Powertrank, wie Sie sicher aus Professor Sharps Unterricht wissen. Sie wissen aber, dass das Diptam Trank ist. Neun Minuten. Gut gemacht. Sobald er geerntet werden kann, ist Ihr Diptam für den Mega Powertrank einsatzbereit. Professor Sharps wird Ihnen das erklären. Nun, strengen wir uns zwei klein etwas aus und sehen uns eine andere Pflanze an. Den chinesischen Kaukohl. Einige Pflanzen sind besser für die Verwendung außerhalb des Kessels geeignet. Ohne etwas zum Kauen sind die Kohlköpfe wirklich reizbar. Zum Glück habe ich eine Puppe, an der Sie nagen können. Lassen Sie sie ordentlich hineinbeißen. Ja, Professor. Sie sind im anderen Gewächshaus, gleich am Ende des Weges, der aus diesem Raum herausführt. Ihr Klassenkamerad, Mr. Pruitt, wird Sie netterweise begleiten. Kommen Sie zu mir zurück, wenn Sie fertig sind. Und passen Sie auf Ihre Finger auf. Sie beißen. Wie es da steht. Ähm. Hallo. Ich hab dich neulich auf dem Weg nach Hogsmeade gesehen. Freut mich. Ich bin Leander. Ich zeig dir den chinesischen Kaukohl. Er ist gleich die Treppe da hoch. Aber du gehst vor. Na dann. Gut gemacht in Verteidigung gegen die dunklen Künste. Verzeihung? Dein Duell mit Sebastian. Er ist gut. Er hält sich für richtig gut. Aber du hast ihn regelrecht vernichtet. Genial. Oh. Tja. Danke. Ich hätte Sebastian fast selbst gezeigt. Ich meine, wenn Hackett mich nicht aufgehalten hätte. Hat sie dich nicht vor dem Drachenschädel bewahrt? Pff. Typisch Slytherin. Andere im Kampf mit Drachenschädeln bewerfen. Wir Gryffindors kämpfen ehrenhaft. Und äh. Hufflepuffs auch. Zumindest du. Hier wären wir. Die Heimat des chinesischen Kaukohls. Los. Hol ein paar Kohlköpfe. Siehst du die Übungspuppe? Wirf einfach den Kohl auf sie. Er macht den Rest. Und wir haben den Schiff auf einen Kohlrabab. Ich glaube ich bin mit großem Wachverfolger. Das ist gut für ihn. Das kann ich gut als Wach benutzen. Äh. Ich habe den Tab gedrückt und zipp auf das. Die Maus und zur Öffnung. Den Pauko zu weisen. Äh. Auf die Wurfgegenstände. Und nun? Diese kleine Mistkerle, was? Solche Pflanzen mag ich. Keine dummen Bubotubler oder springenden Knollen. Pflanzen, die dir im Kampf den Rücken stärken. Es geht doch allein. Aber, naja, stell dir vor, das wäre keine Puppe. Sie könnten außerhalb des Gewächshauses bestimmt von Nutzen sein. Nein, etwas Hilfe kann nicht schaden. Selbst von einem Kohlkopf. Da draußen herrscht Chaos. Trolle in Hogsmeade und so. Wenn es sein muss, muss man eben auch mal Kruziferen werfen. Bei Wasserwegerich und Knollenblätterpilz gibt's mehr davon. Und Pflanzen, die deine Eltern nicht im Garten pflanzen würden. Du verstehst schon. Naja, wir sollten wohl zurück in den Unterricht. Lass dir Zeit. Wir sehen uns im Unterricht. Ein unwegreicher Weg. Wo ist der Umhang? Okay, haben wir den anderen Umhang schon. An der Woche von Stufe 9 für. Wir finden schon manchmal Klamotten, die wir... ...die wir noch nicht nutzen können. Bisschen, wir haben eigentlich gerade. Level 8 eigentlich. Okay. Müssen wir wohl erst mal abschließen. Das ist Level 8. Und mit dieser nützlichen Erinnerung daran, warum wir immer unsere Drachenhaut haben... Ich habe mich um den chinesischen Kaukuh gekümmert. Bemerkenswerte Pflanzen, nicht? Ich hoffe, es war nicht allzu viel Mühe. Aber ich sehe weder Bisse noch fehlende Finger gucken. Glücklicherweise. Denn sie scheinen einen grünen Daumen zu haben. Ich bin schon gespannt darauf, wie sich ihr Talent entfaltet. Äh, ja, warum nicht? Kauberpflanzen sind faszinierend. Ich möchte unbedingt mehr lernen. Das freut mich. Kräuterkunde ist ein unerschöpfliches Thema. Pflege deinen Garten, dann pflegt er dich. Das war wohl alles. Kommen Sie ruhig mal zum Plaudern vorbei. Ich freue mich immer, von meinen neuen Schülern zu hören. Ich scheine eine nette zu sein. Hoffentlich gefällt den Alraun ihr neues Zuhause, wenn ich dafür schon mein Gehör opfern muss. Ach so, schlimmer ist es auch wieder nicht. Okay, jetzt wollten wir Unterricht Zaubertränke. Mach mal, mach mal als nächstes danach. Mach hier mal. Jetzt haben wir ein Date mit. Nutty. Na komm. Zaubertränke dann gleich als nächstes. Äh, ich glaube ein Kreis. Wir lernen immer wieder neue Lehre kennen. Aber erst mal raus hier. Ein bisschen Abstand von der Schule. Wow. Wow. Können wir mal einen kurzen Halt auf dem Grundspielplatz machen. Spielfeld. Spielplatz ist was anderes. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Einfach mal zu erkunden. Was ist die große Sache? Wenn Jack nicht abgesagt hätte, müssten wir das verpflegste Ding gar nicht erst suchen. Du sprichst es falsch aus. Reveglio. Viel besser. Sei still. Warte. Akio. Mein Schuljahrsling hier. Und das läuft hier hinten. Haben wir denn schon einen Besen? Bezweiflers. Wir haben nachher eine Flugstunde genommen. Stehen erst später an. Hier können wir glaube ich noch nicht viel machen. Ohne Besen. Oder anderes Rätstier. Friss den Schuh auf. Schade. Schade. pawf. Achse. Uh-huh. wieder mal rein müssen anbausgang geben schein zu hier ist doch die hütte doch die welt heute können wir noch nicht rein unterrichtsraumtierwesen aha so schaut es aus da freue ich mich drauf was haben wir an dem anderen tag wird aber noch zauber trinken jetzt was da noch heute hin schaffen zutaten sammeln ich bin immer ich bin wieder ich bin immer perplex von dem was hier die brücke da waren wir ja auch noch nicht der seite des schlosses hier wurden berichtigte wachtige holzbrücker dieses mal so ungeschränkt wird der drei und reporter darauf stehen und in teil fünf kommen dort wenn ich mich richtig daran erinnere auch über diese uhr und dort kommen die auch nachdem nachdem haben wir hier und termine und andere damit was angegründet haben und dort wieder zurück über den weg das ist teil fünf glaube ich der weg nach hogsmeet war diese richtung zurück aus dieser richtung zurück in hogsmeet gekommen das war hogsfeet ich weiß es nicht hogsmeet ist hier da waren es nur in der wahn ich glaube die haben nicht, die waren nicht, stimmt die waren nicht in hogsmeet die waren in einem anderen pub da war es ein bisschen geheimer die wollten ja vor allem versteckt den unterricht machen ja mit hüte des wildhüters oder was in der ausrüstung plätze sind voll sachen gibt es das ist ja gar nicht der fall was ist nun 20 von 20 müssen wir hier mal ein paar sonnengrün zerstören noch mal verkaufen auch hier und jetzt kommen wir noch auf 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 Wir können ihn ja zerstören, den anderen, den wir einen besseren haben. Das hier ist besser als das, aber er sieht natürlich passend aus. Naja. Ich behälte es mal noch. Nein, ich zerstöre es mal, damit wir Platz haben. Hausmeister Werkzeuge. Ein Satz Werkzeuge, die so kann man vermuten verzaubert werden können, um alle Arten von Einrichtungsgegenstände für eine gemütliche Hütte zu schaffen, so groß wie der Bewohner sie braucht. Okay, wir brauchen mal Werkzeuge in einer Welt, wo man alles mit Reparung reparieren kann. Das ist wohl die Hausmeister heute. Interessant. Besen kaufen kann man nicht. Den Schal. Der passt da schon viel eher. Ja, finde ich, würde ich nehmen. Handschuhe können wir da auch gleich anziehen. Nicht, weil es kalt ist, aber das können wir jetzt tragen. Die sehen immer gut aus. Nicht der Blödsinn hier mit dem. Die sehen auch in Ordnung aus, aber die hier. Die verkaufen irgendwann mal. Die sehen erst deine Chance. Jetzt habe ich noch einen schönen Schal. Wasser untersuchen. Na, wer ist das denn? Das ist eine Zeitfrist. Kommt ganz drauf an. Hallo, kann ich dir helfen? Oh, ein Glück, ja. Mein Name ist Grace Pinch Smedley. Von den Pinch Smedleys aus Bar. Ich hatte gehofft, dass bald jemand kommen würde. Ich war im Begriff, mich dem Wunsch meines Vaters zu widersetzen. Und hätte mir das nie verziehen. Weißt du, ich muss etwas vom Grund des Sees holen. Könntest du mir dabei vielleicht helfen? Äh... Ich fürchte, ich hab's nicht so damit, unter Wasser herumzualbern. Oh, bitte sag noch nicht nein. Wenn du meine Notlage verstehst, änderst du vielleicht deine Meinung. Vielleicht? Was genau soll ich für dich finden? Und warum? Warum? Vor Jahren segelte mein Großvater, der sich selbst für einen Astronomen hielt, vom Bahnhof Hockseed aus los, um mit meiner Großmutter nur ein wenig die Sterne zu beobachten. Sie kehrten nie zurück. Das tut mir leid. Was ist mit ihnen geschehen? Das wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass weder sie noch ihr Boot ans Ufer zurückgekehrt sind. Sie sind vermutlich ertrunken. Vater war so verzweifelt, dass er unserer Familie verbot, je wieder einen Fuß auf oder in den großen See zu setzen. Ein wertvolles Astrolabium der Familie verschwand in dieser Nacht mit ihnen. Wenn du es bergen könntest, würde das meinen Vater bestimmt freuen. Äh, da brüchte aber irgendwas, um da was atmen zu können. Was genau ist dein Astrolabium? Es ist ein erstaunliches, uraltes Navigationsinstrument. Im Grunde ein tragbares Modell des Universums. Es wird hauptsächlich für das Studium der Sterne benutzt, aber es gibt fast tausend Verwendungsmöglichkeiten. Faszinierendes Gerät. Leider ist es bestimmt so verrostet, dass es nicht mehr zu reparieren ist. Aber ich hätte es gerne wieder. Es hat sich meinen Großeltern gehört. Du dachtest anscheinend, ich hätte von den Barth Waldergraves gehört. Warum sollte ich deine Familie kennen? Das ist wie die Frage, warum der Himmel blau oder das Gras grün ist. Der Name Pinch Smedley ist gleichbedeutend mit großer Wissen. Warum ist der Himmel blau? Wir sind bekannt für unsere Beiträge zu Wissen. Damit das doch so eine rechte Frage ist. Ich bin überrascht, dass du noch nichts von uns gehört hast. Ich meine, das ist eine rechte Frage. Und bei allem, was ich noch entdecken werde, werden diejenigen, die den Namen noch nicht kennen, ihn sicher eines Tages kennenlernen. Es gibt doch erschrecken viele, die es nicht wissen. Klingt gefährlich. Besonders für etwas, das lediglich sentimentalen Wert hat. Ach, verstehe. Aber ich wäre dir ewig dankbar. Es kann natürlich sein, dass du noch viel mehr als das Astrolabium entdeckst. Alles, was du sonst findest, gehört dir. Ich habe die letzte bekannte Position des Boots mit der Topographie des Sees, den Tiefenkarten und dem Gezeitenplan abgeglichen. Ich vermute, dass es dort drüben ist. Etwa einen halben Kilometer vom Hafen. Es wäre wunderbar, das Astrolabium meines Großvaters wieder zu haben. Ein Kilometer. Natürlich. Ich hoffe, du findest das Astrolabium. Es bedeutet unserer Familie sehr viel. Mal schauen. Wenn ich mal da bin. Wenn ich mal zufällig vorbeikomme. Wenn ich mal zufällig vorbeikomme. Mhm. Ich habe die Quest jetzt verfolgt. Wir wollen jetzt natürlich erst einmal primär zu ihr. Es tut so gut, dich zu sehen. Hallo Natti, wie geht's? Ich hoffe, du hast dich von unserem Abenteuer in Hogsmeade erholt. Mir geht's gut. Ich war eher um dich besorgt. Immerhin sind sowohl Renrog als auch Rookwood und Harlow hinter dir her. Mir geht es soweit gut. Wir haben damals nicht darüber gesprochen. Aber ich hoffe, du kannst mir jetzt sagen, warum sie nach dir gesucht haben. Ja, wir können jedoch vertrauen. Sie wollen etwas, das Professor Fig und ich bei Gringotts fanden. Wann warst du denn bei Gringotts? Kurz vor unserer Ankunft in Hogwarts. Darum kam ich auch zu spät zur Einführungsfeier. Ein Portschlüssel brachte uns nach dem Drachenangriff hin. Was in aller Welt? Das war noch nicht alles. Und es klingt vielleicht etwas seltsam. Professor Fig sagt, ich habe eine seltene Verbindung zu einer mächtigen Form alter Magie. Ist das die Magie, die du beim Trollangriff in Hogsmeade genutzt hast? Ich denke schon. Ich lerne noch. Aber ich kann ihre Spuren sehen. Und habe Magie gewirkt, die ich nicht erklären kann. Ich weiß, das ist eine Menge. Das stimmt. Und ich werde noch mehr Fragen haben. Im Moment steht fest, Rookwood und Harlow sind eine Bedrohung für uns beide. Für uns alle. Deshalb wollte ich mit dir sprechen. An dem Tag in Hogsmeade wurde mir etwas klar. Du hast so viel Mut im Kampf gegen den Troll bewiesen. Und Sirona hat sich gegen Rookwood und Harlow wacker geschlagen. Ihr beide habt mich inspiriert, selbst Stellung zu beziehen. Was für eine Stellung. Wegen Männern wie Rookwood und Harlow verließen meine Mutter und ich das Matabele-Land. Ich sehe nicht einfach zu, wie sie mein neues Zuhause zerstören. Aha. Gut. Rookwood und Harlow sind ein gefährliches Duo. Und dann sind sie auch noch mit Renrock im Bunde. Noch ein Grund mehr, sie dringend zu stoppen. Es wird gemunkelt, dass Theophilus Harlow sich um Rookwoods Geschäfte kümmert. Ihn zu stürzen würde Rookwoods gesamte Organisation lahmlegen. Mag sein. Aber sollte sich nicht Officer Singer um Leute wie Harlow kümmern? Ich habe sie gesprochen. Sie war nett, wollte aber selbstverständlich keine Details mit einer Schülerin besprechen. Ich habe gehört, wie einige von Rookwoods Leuten über eine von Harlow geplante Wilderei-Aktion sprachen. Das könnten wir doch genauer unter die Lupe nehmen. Vielleicht finden wir die Beweise, die Officer Singer braucht. Okay. Nur wie? Ich werde weiter meine Augen und Ohren offen halten und herausfinden, was genau Harlow vorhat. Ich melde mich, wenn ich mehr weiß. Und denk immer daran. Ich bin hier, wenn du mich brauchst. Danke, Mati. Sei auf der Hut. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das war wohl nicht recht. Sie wagen es mir zu drohen. Was geht hier vor sich? Das ist eine gute Frage. W nouvelle Zeit. Mein führt zu ojos über die Reise. rich Lukas-Kauden lerin Vielen Dank.